ja ich bin nicht weiblich wer hätte das gedacht ja natürlich okay körpergewicht so muskelgröße auch wieder so wie vorher so wie alle anderen auch dann haare 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 ich kenne die halt nicht so nach hinten ist die scheiße aber eigentlich ist das halt meine frisur ja meine haarfarbe ändern so dunkel ist jetzt auch wieder nicht aber das ist schon irgendwie zu rot das ist das hier schon zu hell müssen wir das hier nehmen oder das hier das ist aber auch eher rot das hier fertig wohl so dunkel sind die halt einfach nicht ja so ist gut nehmen wir so ähm ja das bleibt so jetzt gehen wir mal hier ich habe ein schmales gesicht so normale augen da ist meine augenfarbe ah ich habe die augenfarbe bei farben gar nicht das ist blau gleich mal kurz äh näschen so 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 eine scheißnase habe ich aber so scheiße sieht man ja nicht so warte mal das meine äh hier so Kamera ah guck mal noch mal eben ne Hilfe so ist die gar nicht das brauchen nicht so spitze nach oben oh Hilfe nein nein so nein nee nee ach nee ja nee die ist eigentlich so aber die ist halt ein bisschen nach weiter nach außen so da ist sie so mal kurz kratzen jetzt kommen wir zum mund so naja so ähm ja da haben wir auch nichts so jetzt gehen wir zu der kleinung rüber so und ich wollte mir das hier anziehen warte sag ich was der Farbe hat nur in die ne ne di ne das hier ja ja bedrag der jetzt mal geschieht so so ähm ach ne ne das wollte ich gar nicht wollte ja hier auf die Hosen ähm und dann nehmen wir das hier Ja, auf jeden Fall machen, Schuhe mit Chucks, obwohl, doch, in Dunkel dann, genau so. Eine Uhr hätte ich noch gerne, die, was sollen wir die nehmen, nein ich nehme die hier. So, Abendkleidung, da das ganze Spiel auch nochmal, da machen wir dann einfach, genau, und ich nehme bitte den hier, so, Schlafanzüge, genau, so, und fertig, außer, was ist das denn, Hilfe, hä, 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 was zur Hölle, was ist das, das ist was, oh man, oh man, so, jetzt Sportkleidung, ja, so zieh ich mich immer so Sport an, natürlich, wer nicht, oh man, ey, äh, weil er sowieso anfängt zu trainieren, das wird immer hundertprozentig passieren, wenn er das mit so einer Hose, oh, die Schuhe, solche, ja, ist ja okay, ist ja eh so viel Sport, ist ja scheißegal, so, dann Badekleidung, was haben wir da, ja, das ist okay, das ist gut, wir lügen die hier, in rot bitte, jeder Pelzeteppich, ein Läufer, abstrakt, geometrische Holzmetalle, lädt und lädt und lädt, ach du scheiß, jetzt hier, naja, du musst da jetzt hier ändern, was ist das denn hier, ähm, 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 verschiedenes, abstrakt, Thema, uh, ja, ne, meine Feuer unter Hose, äh, Feuerdings, ja, ihr wisst, was ich mein, Persönlichkeit, jetzt geht's los, jetzt geht's los, ähm, athletisch war ich mal, äh, blablabla, beziehungsweise, ja, äh, begabter Koch, pfff, ich bin nicht begabt, aber ich koch halt gerne, ähm, ja, das müssen wir weg machen, ich hab keinen Bock mehr und ein eigenes Auto dazu kaufen, ich, ich meine, das stimmt zwar, ich hab ne besondere Bindung zu meinem Auto, aber, hey, ähm, ähm, oder kann ich auch hacken, das ist mal ganz cool, das ist ja das einzige, wegen Sims halt, das ist echt cool, jetzt einfach in der Nacht hacken, so am Wochenende machst du dann halt auch schön viel Geld, so, begabter Koch ärgert sich Dingens, bla bla, gute Kisse, ähm, leicht zu beeindrucken, eigentlich, das ist ja eigentlich so, weil es mein kleines in der Ruhestoff berechnet, die absolut begeistert aus, ähm, äh, hab ich auch nicht, den Fumor hab ich, ja, das ist halt wirklich, eigentlich, äh, eigentlich so, ich liebe halt wirklich meine Arbeit, aber, ja, das geschieht so aus, mega konzern, das ist, was zu, so, dann nehmen wir hamburger, pop und, so das war es wir sind durch wir sind durch